Oh, er ist da. Achso, ja. Ähm, 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 weiss ich, Zuzere, oder Stars? Nö. Oder? Nö, mit Wasser. Nö, nö, da waren wir, das ist falsch, Schatte. Die Truhe habe ich nicht gesehen, ich habe das hier gesehen. Oh ja, da sind wir, schau, da. Wir sind ja durchs Wasser gegangen. Wie das alles verbunden ist miteinander, hm? Was? Pidu-Bier, hallo. Pidu-Bier. Nein, da hinten ist nur eine Fackel. Keine Ahnung, ob da schon einer da ist. Und da unten geht's weiter. Ja, da geht's schon wieder, da. Ja, da geht's schon wieder, da. Jo, ich glaube, es war nur du. mal sage ich. So, wo kommt das Wasser hier von da? Und vergehen. Musik 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 Ui, in der Inderauge Was ist in der Inderperle? Musik Er auftritt Musik Ein Creeper Auf einsamen Wege durch die Höhle Mit einem Ziel Die Menschheit zu vernichten Musik 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 So Jetzt baue ich ein bisschen Kohle ab Wenn ich's aufheben könnte Feuerstein, Tschüss Haben wir vielleicht hier jemanden? Haben wir vielleicht hier jemanden? Haben wir, haben wir, haben wir? Ich habe euch gefunden. Nein, ernsthaft. Hört ja? Ah ja, voll. Oh, die hätte ich jetzt auch gefunden. Weil mich da mal dumm gepudelt hätte. Hm, zwei Stück. Besser als nix. Na oder, jetzt sind wir schon bei 19. Hm, gut so, gut so. So, da ist noch ziemlich finster. Wenn wir mal da lang. Gernot. Warte, ich muss den Feuerstein wegschmeißen. 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 Aber da müssen wir weiter. Warte, ich muss den Feuerstein wegschmeißen. Warte, ich muss den Feuerstein wegschmeißen. Gold. Ja. Warte, lass mich abbauen, weil ich habe einen Slot dafür. Ich auch. Ach so, na dann haben wir beide einen. Dann kann ich dir geben. Warte, warte, bleib stehen. Da hast du. Ich habe aber drei Kohlestücke. Ja, die kannst du nie geben. Da. Danke. Hallo. Nein, das ist ein Fehler. Hm. Hallo Creepsie. Hallo Creepsie. Komm, spring. Jawoll. Da ist noch Gold und Lapis und Redstone und keine Ahnung was noch alles. So, dann bauen wir das noch ab. Gut, da haben wir nichts, nichts, nichts. Warte mal, Lapis, Lapis. Na ja, einmal kann ich noch abbauen. Jo, passt. Dann habe ich hier fünf Stacks. Das reicht schon wieder mal. So, was haben wir da? Dann haben wir auch Lava wieder. Die baue ich aber zu. Ich bin noch hinter mir. Mhm, ich war nur Seismap. Gut, da ist die nächste Sackgasse. So, Kohle, 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 zack, fackeln, tschüss. Ist das eine Sackgasse, oder? Ja. Da ist nichts unten, oder? Genau. Na. Na, der kommt mit einmal. Da müssen wir runter. Wo kriegst du? Aha. Die meinten, da hat man lieber gewesen. So, was kann ich ihm wegschmeißen? Spinnenaugen. Knochen. Knochen. Verrottetes Fleisch. Ein paar Oben. Eine Pfeile hebe ich mir auf. Eine Kartoffel. Und dann nehme ich mir das Lavachen. Und dann nehme ich mir das Lavachen. Dann fliegen wir immer mehr runter. Wo ist das Kohle? Na, da ist wieder finster. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Ne, die würde ich lassen gerne. Oh. 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 Da ist nichts mehr, aber da unten geht es noch weiter. Da wird nicht lang gefackelt mit den Fackeln, hohoho. Gut. Zack. Da höre ich doch immer noch Lava. Ja, die Lava unter dem Obsidian. Nö, da gibt es keinen. Da höre ich. Boah, geil. Hihihi. Alter. Stell dir vor, wir wären jetzt gegangen, Alter. Hätten wir keine Diamanten. Boah, da geht es ja noch weiter. Ja. Vier Stück. 23. Aber ich werde trotzdem irgendwo Lava. Kann man nicht helfen. Ah, da ist die Lava. Oh. Aha. Da ist... Was ist das Obsidian? Ja, das ist glaube ich... Huch. Oh. 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 unseren Ausstieg. Mal gucken, was hier noch ist. Nicht viel. Ah, nix. Gut. Da ist der Ausstieg. Nun, gut. Achso, jetzt habe ich da wieder... Hepp. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Ah ja, von da sind wir glaube ich gekommen. Ja, von da, 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 da. Ach nee, jetzt sind wir schon wieder da bei der Mine. Da will ich eigentlich nicht hin. Ich will da nicht her. Müssen wir da weiter gehen. Wo bist denn du jetzt? Ja, komm. Wenn wir da schauen, nein. Ah, Eisen. Nichts besonderes. Warte, das Eisen, folge ich mir. Ja, kannst du. Hm, da hinten ist noch finster. Da unten waren wir schon. Wow! Da kommt der da so stillschweigend heran, Alter. Bist du deppert? Da rauf, mischen wir. Okay. Da hinten. Da hinten sind wir los. Da hinten sind wir das aus dem Lava. U restaurant ist es dahin. Warte, was wir das? Was hast du denn gefunden? Lava. Oh. Warte, nicht runterkommen, Gernot. Was sagst du, dass ich eine falle? Na, dass wir eine falle. Okay, da war mir aber. Da müssen wir schon gewesen sein. Wieso? Weil ich da... Nicht Fackeln sehe, sondern... Da waren wir schon, da sind Fackeln von uns da. Ah, da weißt du, da haben wir Diamanten gefunden, genau da, die sind da in der Luft geschwebt. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Oh, da geht's weiter. Moment weiter. Unerforschter Gang halt, ne? Okay, da waren wir auch schon. Hm. Lassen wir mal kurz mal schauen. Was dann? Gut. Ja, warte, machen wir schnell Fackeln. Gut, gehen wir. Gut. Hm. Oops. Hm. Gut. 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 Hmm.